2. Durchgang dieses Foul an Stoppelkamp, 65. Minute, alles harmlos, Vincent Müller der Torhüter mit dem Freistoß und der wird richtig scharf. Das 0 zu 2 durch den Torhüter, Ausrufezeichen, alles harmlos, Schienes bis Puttkammer den Ball durchlässt und Kersken, das ist dann so ein rabenschwarzer Sonntag. Maßband rausholen, das ist rekordverdächtig.